Die Strecke gefällt mir sehr, sie ist ein richtiger Gras mit Schlamm und auch etwas hoch und runter und ich freue mich sehr. Ich bin super erholt von dieser Woche und am Anfang mache ich mir sicher mal nicht so einen Stress. Ich werde das Rennen sicher nicht von vorne machen. Acht Kilometer sind weit und da hat man viel Zeit um so seine Position zu finden. Es sieht aus, als würde es recht schlammig werden, besonders ich werde die Letzte sein, dann wird es wahrscheinlich noch etwas weicher sein. Das heisst, man muss die Fähigkeit haben, um auf rutschigem Boden schnell zu rennen und stabil zu sein und vielleicht auch etwas wissen, wo es am besten ist, von der Strecke her zu rennen und ich glaube, das lebt mir gut.